Die Alliierten sind cool, da kannst du geil Panzer spannen. Ja, die Kleinen haben sogar ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Die ganz Kleinen haben glaube ich die höhere Durchschlagskraft, halten aber nichts aus. In Ordnung. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Bereit zum Einsatz. So, Paraga. So. Du guckst dir meinen Feind an. Sofort. Sehr gern. War es den hingeschickt, links oder? Ganz oben, Egger. So. Ich schick meine Erkreide hier einfach gerade rüber. Sehr gern. Wird schön auf was stößen. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. So, in das MBF, das stürt erstmal hier weiter, diese Scheißinsel. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ja, Sir. In Ordnung. Mein Transporter schick ist ganz in der südlichen Ecke. Ja, Sir. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Du hast schon eine Ravanerie. Wird gebaut. Ja. Einheit bereit. Meine Bau ist noch. Wo ist erst, wirst du gebaut? Einheit bereit. Na, das brauche ich nicht zu schnell. In Ordnung. Wird gebaut. Ja, Sir. Einheit bereit. Einheit verloren. Wird gebaut. Gehst du. Gegen... Das eine ist ein Ali. Wird gebaut. Einheit bereit. Noch ein Ali. Wird gebaut. Links noch ein Ali. Weiter. Einheit bereit. Kumpfen wir jetzt gegen Alis. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Kommen wir den mal weiter. Konstruktion abgeschlossen. Erstmal, gleich mal Neuzweiter hier. Raffinerie. Wird gebaut. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. Und dann nochmal zwei Sätze droppen. So. Und dann beginnen wir die Waffenfabrik. Also ein paar Ali's unten. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann gleich links unten kommt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Schau. Und dann noch sechs Mal. Ja, dann noch sechs Mal. Schau. Ja, der nächste Mal. Einheit. Raffinerie. Raftenwärter ver��ert. Das sind alle Erder. Bereit zum Einsatz. Einheit bereit, da kommt ein Ingenieur, in Ordnung, wo kommt ein Ingenieur, von unten, vom Alliierten, da kamen sogar ein paar Panzer mit, vom Lila einem, was für ein Glück, da ist schön ein Panzer bei, in Ordnung, melde mich wie befohlen, Bestätigt! Bestätigt! Einheit bereit, einheit bereit, einheit bereit, du musst mal über Panzer in deiner Ingenieur Bestätigt! Ja, Sir! Bestätigt! 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 Ja, Sir! So, erstmal zwei Sammler und dann 15 Panzer. Ja Sir, erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. So, bauen wir mal Rüstkraftwerk. Ja Sir. Ja, wie es geht. Einheit bereit. Ja Sir. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Sehr gern. Ja, das ist erstmal egal. Das ist schön für euch. Einheit bereit. Wird gebaut. Nicht genug Geld. Du Scheiße. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. Wird gebaut. Bestätigt. Schnellfahren. Konstruktion abgeschlossen. Ja Sir. Unzureichende Finanzmittel. In Ordnung. Einheit bereit. Wird gebaut. Das ist schön. Sehr schön. In Ordnung. In Ordnung. Schön besagt. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Erstmal zurück. Neue Bauoption. So. Ähm. Einheit bereit. Wird gebaut. Bestätigt. 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 Ja, ich werde nicht durchgegenfahren, irgendwie so bekloppten Idioten. Die sammeln auch schon fast in der Mitte. Ja, ich wollte gerade meine Panzer herunterschicken, aber die haben gerade den ganzen Verkehr aufhalten. Ach nee, jetzt kommt auch der Rote von links. Das kann ich jetzt gar nicht brauchen, wenn ich den hier unten belästige. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. In Ordnung. Ach Mensch, so wenig Kohle hier. Und das mit vier Sammlern. Konstruktion abgeschlossen. Den dir erstmal entscheidend, wer zuerst reinfährt hier, ihr Pflaume. Du nimmst das Ding hier, du Pflaume. Ja. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Wille mich wie befohlen. Wenn sie sich alle hier um die ähne Scheiß-Rafinerie streiten. Ja. Ich muss jetzt aber erstmal hier mein Erzfeld verteidigen gehen. Konstruktion abgeschlossen. Ja. In Ordnung. Auch normal, dass die keine Hunde haben. Ja. Ja. Bereit. Ja. Und trotzdem mit zweiter Raffinerie. Wird gebaut. Ja, Sir. In Ordnung. Gehst du weg? Ja. Da wollen wir halt erstmal ein paar Rumpen verloren. In Ordnung. Es ist schön. Ich belästige Junden gerade wieder. Macht den zusammen. In Ordnung. Sammler kann mit. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Wie können die spaßig sind und öffnen wir stato bei detailes Die millions und Großen�시re earrings und sue mit Nós yrsre. Und wir werden seiten kann durch die An meinem roten Feld. Das sind nur ein paar Panzer. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ich brauche ja nicht alles, ja. Die Hütten ist mit der Kursch im Dorf vorne. Bestätigt! Bestätigt! Ich weiß nicht. Ja, Sir! Ah, ja. Mein Kapu ist wieder fertig. Ich bin gerade mit Ben 1, 2. Ich bastle ja gerade mit Ben 1, 2. Also, ich bastle keine Panzer mehr. Das ist nicht gebaut. Ah, mit Helikopter dann. Das ist nicht gebaut. Hmmmm. Ja, Sir! Ah, mit Helikopter dann. Einheit bereit. Wird gebaut. Ah, ja. GPS liegt sehr hoch. Bald hoch. Einheit bereit. Wird gebaut. Ah, ja. Unzureichende Finanzmittel. Oh, bestimmt meiner. Er hat noch eine Weile gebraucht. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Schauen wir mal, wie viel Kohle der hat. Alli, Alli. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Ja, Sir! Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Ja, Sir! Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, Sir! Wird zerschossen. Ja, Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! Und der Rote sammelt auch nicht mehr. Direkt vor meiner Nase. Dem gehe ich jetzt die Sammler auch zuhauen. Ich zieh mal meine Truppen von dir da ab. Ich rück gerade auf dem Roten vor. Ja. Einheit bereit. Mit den ein paar Truppen die ich da habe. Unzureichende Finanzmittel. Aber... Der macht eh gerade Rechnung, äh, der versucht eh gerade Sammler zu bauen oder so. Einheit bereit. Irgendwie scheinen die, äh, scheinen die hier nur unkoordiniert zu sammeln. Die Gegner. Gestoppt. Hm. Wird gebaut. Die lassen sich wunderbar ärgern. Stellst einfach irgendwo ein paar Panzer hin oder ein paar Truppen hin. Ja, Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Einheit bereit. Wird gebaut. Was ist so? Kann ich mal sehen, ob der überhaupt durchgehabt? Gucken wir mal, ob wir ja, äh, beim Reuten was klauen können. Der sieht im Rahmen nicht besonders gut aus. Ich hab mir natürlich ein Dieb gebaut. Ah, du alter Schweine. Dann will ich mal sehen, ob der überhaupt durchkommt. Bestätigt. Konstruktion abgeschlossen. Ich bin mal so ein Eis und ein D auf dem lilanen Löse. Ah. Er hat ja gar keine Kohle hier. Was ist denn das für eine Scheißer? Zuuuuu. Oh ja, wir könnten auch ein Heli-Bots bauen. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Unzureichende Finanzmittel. Bestätigt. Bestätigt. Unzureichende Finanzmittel. In Ordnung. Nein. Ah, der ist ein Feierberg. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Öh, der Ast ist ja alles im Brennen. Oh ja, dann kommt die Zeit weg. Müsst du schon über alle blenden. Bestätigt. Wird gebaut. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Du kannst ja gerne weiter radieren, weil hier der Lila auch nicht viel hat. Oh, jetzt hört ich kurz vor. Ja, Sir. Vier Einsatzfahrzeug. Bestätigt. Also, ne. Schraube ein paar Steine bei euch, den hab ich gleich mitgebracht. Die sind alle... Die sind alle pleite. Irgendwie. In Ordnung. Die haben nicht so viele Ingenie, die was haben könnten. Noch sind die da drüben links. Aber da räumt's auch nur ganz langsam raus. Wird gebaut. Unzureichende Finanzmittel. In Ordnung. Das sieht aus, als kannst du die hier fast mit einem Trupp Raketensoldaten kaputt machen. Oh. Bestätigt. Zwei Einheiten. Wow, super. In Ordnung. Er geht erstmal hier den Bomber zerschießen. Mein Kadabub ist fast fertig. Einheit verloren. Bestätigt. Einheit verloren. Bestätigt. Einheit verloren. Konstruktion. Bestätigt. In der Arbeit sind wir bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit verloren. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Bestätigt. Einheit verloren. Einheit verloren. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. Einheit verloren. Ja, Sir. Bestätigt. Öh. Bestätigt. Bestätigt. Ich brauche erstmal nur... In Ordnung. Einheit bereit. Brauche erstmal ein Samlock. Versteht dich. Das ist ja ja abnormal. Lammarschig das geht. Einheit verloren. Einheit verloren. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Einheit verloren. Einheit verloren. Melde mich wie befohlen. Einheit verloren. Aber vielleicht kriege ich ja zumindest einen rollenden Bauhof weg. Bestätigt. Dann gibt er nämlich auch relativ schnell auf. Einheit verloren. Bestätigt. Unzureichende Finanzverkehr. Ja, Sir. Bereit zum Einsatz. Nö. Einheit verloren. Schöner noch. Wird gebaut. Bestätigt. Den brauche ich nämlich noch nicht mal ganz zerschwarben. Schöne ist ja, dass du eigentlich nur ähm... der Einheitenproduktion und den Bauhof wegnehmen musst. Bestätigt. Ja, Kling по- Penabol bathroom. Mach mal! Melde mich wie befohlen! Melde mich wie befohlen! Melde mich wie befohlen! Steht dicht! Ja, das steht ja hier sinnlos! Den kann es ignorieren. Den kann es ignorieren! Den Kaas ignorieren. Stattdessen auch. Der Typ dra m!. humbled 때 eigentlich. Der Lisa hat aufgegeben. viamente, er sammelt mich nicht. Konstruktion abgeschlossen. Beim Türkisen bewegt sich überhaupt nix. Gebäude verkauft. Der arme Socke. Wird gebaut. Ja, Sir! Ach so, wo schieß ich denn mal mein Katabumm drauf? Ähm... Ziel wählen. Der rote, da muss noch ein Gebäude zuschwertet werden. Nämlich, äh, der Werfenfabrik. Aber die wirst du nicht mit einem Katabumm kriegen. Wenn du noch ein Stück warten kannst, ist mein Katabumm auch fertig. Oh ja, das hört sich an. Dann kann man... Dann kann man ein paar Schiefen machen. Leider nicht möglich. Es wird bereits gebaut. Einheit bereit. Es wird gebaut. Äh, 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 äh. Ich hab lila, wissi. Aber ich bewege jetzt mal meine Truppen schon mal hin. Äh, meine paar Fußtruppen, die ich noch überall hab, äh, schon mal in der Nähe von dem roten. Einheit bereit. Weil der hat nämlich nur eine Fahrzeugfabrik und, äh, eine Raffinerie. Wärt ihr euch mal einig, ihr Clowns? Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. 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 ja ich schicke immer meine paar Panzer in der Hand erwarte ihre Befehle äh nimm deine Panzer und zerstör seine Produktionsstätten fahrt der Bauhof und wenn du denkst dann werde ich hier ein bisschen ablenken werde ich kugel vor dem Spiel wir hatten ja auch schon wieder diese eine schon hier rein Ein paar Weisen Beziehung abgeschlossen Bestätigt! Einheit verloren Ja, Sir In Ordnung Inwandere Städtenhaber Einheit verloren Einheit bereit Wird gebaut Einheit verloren Einheit bereit Wird gebaut Ja, Sir Einheit bereit Wird gebaut Erwarte Ihre Befehle In Ordnung Na, mal schauen Ich geh mir jetzt auf Mopper Und dann trotzdem kaufen Einheit Wird gebaut Wird gebaut Oh ja, da sind wir gleich mal ganz Heißt Wird auch noch Das wichtigste So, Gebäude war fertig Einheit Einheit Ja, Sir Wird gebaut Einheit verloren Bestätigt Bestätigt Vielleicht kommt meine Tanja sogar Burs War auf die Fabrik Ja, Sir Städtig Gewahrt in Ihre Befehle Einheit verloren Ja, Sir Komm, 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 komm Weiß ich, meine doofen Sammler nicht einsperren Wo sie dann parken Oh, ich hab hier ein Äh, der Türkise hat ja mal was gemacht Ja Im Panzer und den Knob Ihr Einsatzfahrzeug Bestätigt Ja, bis sie Aber nichts, was meine Reservetruppen hier nicht erledigen können Äh Äh Einheit Wird gebaut Konstruktion abgeschlossen Aber der hat keine Luftverteidigung Bleibst du weg, du Före Ich greife jetzt erstmal den Grün weiter an Der hat mir beinahe höher in seinen scheiß Ingenieur reingedrückt Er kann hier, glaube ich, nicht direkt übernehmen Also wenn es nicht zu stark beschädigt ist, das kann der es nicht kriegen Ja, Sir In Ordnung Wenn du schnell bist, ach ne, jetzt hat er selber verkauft Und Grün muss jetzt auch so ziemlich am Ende sein, der muss dann auch noch der Sammler versparten Nuklearrakete wird vorbereitet Einheit Äh, die Nuklearrakete bauen wir nicht mehr, also schick ich nochmal meine Helis rein und dann Bestätigt Ne, brauchst nur der Brauchst nur seine Sammler zurückklappen Dann gibt er alleine auf Ja, wie gesagt, ich schick die Sammler, ich schick nochmal meine Helis drauf und dann hat sich die Scheiße Bordermaster rauf an den Räumen, genau Einheit bereit Wird gebaut In Ordnung Ja, er hat aufgegeben In Ordnung Weißt du was, ich habe noch ein bisschen gefangen Die Konstruktion abgeschlossen Ich pflanze ne Basis mit nem, äh, mit nem Schiffwerf, äh, dem direkt ins Wasser Weißt du was, nämlich genau ins Wasser schießen kann, äh, genau ganz lange übers Wasser schießen kann Äh, der Artillerie Abgetroffen Das Artillerie Schiff Ich habe da gerade ne Idee Genau Ich habe so viel Geld Das muss ich Melde mich wie befohlen Das muss ich aber hier unten Bestätigt Das muss ich aber hier ganz unten in dem mittleren See machen Ich habe gerade beledet Wenn du mir ein paar Truppen stellst Truppen kann ich dir stellen Kein Problem Weil ich hab Weil ich hab nämlich nicht allzu viele Aber ich werde mir jetzt erstmal hier mein Mein Erzfeld sichern Ah Ich habe gerade ja wohl Die haben ja gar nicht, dass die hier stehen Wenn ich ja gleich mal Wenn ich ja gleich mal meine Panzer hinschicken Puh Ich sollte vielleicht mal ein paar Soldaten sein Sonst hab ich nichts mehr Wird gebaut Einheit bereit Wird gebaut Einheit In Ordnung Bestätigt Auch mal die Artillerie ist kaputt Ich bin dabei Bestätigt Bestätigt In Ordnung Sooo Wir werden jetzt in meine Trucks Ach du hast hier Bummen Trucks Ja ich baue gerade kein Bummen Trucks Gestoppt Abgesucht Fünf 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 Stück Die schickst dann alle gesammelt In die feindliche Basis Leider wird bereits gebaut Aber zuvor lass ich's da nochmal anders Das kann Bummen machen Das kann Bummen machen Ja Sir Einheit bereit Wird gebaut Wird gebaut Aber die haben alle keine Luft Verteidigung Wird gebaut Kann sich ja mal den orangenen Bauhof mit zu stoppen Ja Sofort Mit deinen Heli-Pets Ja Sir Ja Gesundheit Ja Jetzt hat raus was in den Kap-Bum-Truck Wie er es gewählt ist War auch nicht In Ordnung Einheit Wird gebaut Ja Sir Ja Sir Das ist ein wenig Energie So jetzt formen wir erstmal den Kap-Bum-Truck-Haus dabei Ist es reiß Ich hab aber auch viele Sammler Unit ready Na dann Parken wir mal Die Helm Hmm Konstruktion abgeschlossen Ö Ö Wo rollst du die Kap-Bum-Truckse? Die Rolle ist er... Die sammle ich hier unten erstmal Die will ich nicht in der Basis stehen haben Auf Ende machen die doch in meiner Basis Kap-Bum Einheit bereit Wird gebaut Ja Schauen wir mal ein Naval Yard Achso Der Tick Und der Tick-Tack ist er auch gleich bereit Ja dem will ich das so richtig reinwirken Tick-Tack und Kap-Bum-Truck Ich Ich greife den Orangen an Kümmerst du dich um den Blauen In Ordnung Ok Abschuss einer Nuklear-Rakete geortet Nuklear-Rakete bereit Nuff In der Baraka abschubst Ja Sir Bestätigt Ja die Sammler sammeln gar nicht Die stehen nur doof auf dem Feld Unzu reichende Finanzmittel Was die Türkis nun? Ah Der hat genau einen Sammler der hier hin und wieder mal hin und her fährt Hm wenn er da sammelt Die anderen zwei stehen nur doof auf dem Feld rum Hey mein ähm Ähm mein Baufahrzeug ist da Hey meine Kieksen Kommt mal her Ja Sir Ja geht mal jetzt auf Panzerjagd Einheit bereit Jetzt gebaut Ach hier ist der Kappe Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ihr Einsatzfahrzeug Bestätigt Das wäre großer Reichweite darf so hoch genug sein Erwarte ihre Befehle In Ordnung Und ich brauche einen Powerplant Einheit bereit Wie viel kostet denn eigentlich schon Scheiß denn 2000 Ach das sollte ja Das sollte ja gehen Sollte finanzierbar sein Melde mich wie befohlen In Ordnung So Hm Ah ja Die paar Kabummtrucks sind fertig Komm unter die anderen Die sehen da lustig aus Ja Sir Einheit bereit Mehr jetzt die Kronotanks Ja Haben wir damit dann auch noch nicht Das sind Tele Das sind Tele Teleportpanzer Achso ich wollte ja hier Eiger Wind Beseitigen Die stören mich Ich weiß Bestätigt Ach der hat auch keine Kohle mehr Am seinen Tankspunkt zu erhören So Schicken wir mal so nach und nach Die Kabummtrucks lösen Mal schauen wie wir jetzt mal ran kommen In Ordnung Momentan Ziel wählen Abschuss einer Nuklearrakete geortet Ja Sir Äh du sollst da hinschieben In Ordnung Ups ich hab da einen öffnen Ja Sir Ihr Einsatzfahrzeug Bestätigt 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 Ihr zieht euch mal zurück Ihr macht's gleich kaputt In Ordnung In Ordnung In Ordnung In Ordnung Ja Sir In Ordnung In Ordnung Ja Sir Bestätigt Ja Sir Bestätigt 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 Ups Jetzt hab ich meine eigenen Meine eigenen Kroneponser Gesprengt Melde mich wie befohlen In Ordnung Aber du brauchst ja nur hier Äh nachher in den Fabriksplatz zu formen In Ordnung Einheit verloren Von der Reichweite Ja Sir Bestätigt Fuck Jetzt kommen wir schon dran Bestätigt Egal Direkter Angriff Bestätigt Bestätigt Er ist eine Brücke Direkter Angriff auf die Waffenfabrik Bestätigt Bestätigt Der Rest ist egal Das musst du nicht schaffen Bestätigt 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 Aber ich hab den dazu bewegt eine äh äh Fabrik zu verkaufen Ist dir scheißegal Ja. Ich bin gewöhnt. Vielleicht nicht, ja. Gestoppt. So, jetzt ist es egal, jetzt bauen wir einfach eine Armee von Sammlern. Orangen hat sich verkauft. Und der auch. Schade, ich wollte nochmal um den grünen Panzer auf dem HZ. Ah, du hattest eine deutlich günstigere Position. Ich habe einfach einen Massen auf Raffinerien gebaut. Naja, du hattest auch eine deutlich günstigere Position als ich in meiner Ecke. Ich hatte nämlich nur zwei kleine Felder bei mir. Machen wir noch eins. Und warte. In Fight. So, was spiele ich denn jetzt mal? So. Oh, geil, ich bleib jetzt so wie jetzt. So, weil die Erde schüssen wir nicht. Du bist hier, äh, jetzt der Grüne. Ah. Ich such mal eine, äh, eine schönere Map. Die ist ein bisschen doof. Und das ist halt, das ist halt die eine schöne Sache am MBF Neu-Aim-Sets-Board. Er klappt das einfach zu Summon-Faster-Den-Long-Warnersen. Was besser ist. Ja, in dem Fall war die Map-Biddle scheiße. 응... Das ist nachЭ starts. Ja, in dem Fall war dieינו-Aim-Sets-Board. Ja, dies były was dann ebenso-Aim-Sets-Board. Und das ist auf das Gegenteil. tröße stau erst mal der auf zufall und packt die wieder in teams 4 2 gegen alle 14 3 sehr schön das sortiert das gleich automatisch island russ das klingt doch interessant sie trotz ein bisschen unbalanciert aus ihr könnt ein bisschen besser sein ja da hätte jetzt hier natürlich jeder seine Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe eine flöte Ecke ausgesucht. So, Team 2. Das ist hier vollkommen durcheinander. Ich habe eine flöte Ecke ausgesucht. Das ist nur zwei Zugänge, die du wirklich verteidigen musst. Aha, du steckst mir ja hier im Rücken. Geht aus. Ich lasse mal die Regeln alle, so wie sie jetzt sind. Mal schauen, ob wieder so ein Aussetzer dabei ist. Ich lasse mal die Ecke ausgesucht. Ich lasse mal die Ecke ausgesucht. Ich lasse mal die Ecke ausgesucht.